Aber ich habe Fingerabdrücke. Außer von der Frau vom Catering und dem Opfer selbst sind auch noch von einer weiteren Person Abdrücke auf diesem Teller. Und zwar die von Maya Sander. Schuhe dort. Nein, so geht das nicht. Dreh dich nach links. Den Kopf. Kopf nach links. Nach links. Aber das sieht doch beschissen aus. Du weißt genau, dass das nicht meine Seite ist. Wenn ich dir sage, du drehst den Kopf nach links, dann drehst du ihn nach links. Nein! Ich weiß gar nicht, was wir hier machen. Jessica ist gerade mal einen Tag tot und wir tun so, als ob es es nie gegeben hätte. Ich kann das nicht. Tut mir leid. Spinnst du? Wir haben schon ein Motiv verloren. Wir liegen total hinten. Jetzt reiß dich zusammen, Mann! Herr Weinberger, ich verstehe Ihren Kummer, aber Sie tun jetzt Ihren Job. Sonst sorge ich dafür, dass Sie für den Rest Ihres Lebens Hochzeitsfotos machen. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Ja. Und du, Schätzchen, du machst, was er sagt, ja? Ja. Das bin ich ja wieder gut genug. Das will ich jetzt nicht gehört haben! Ja, sind wir jetzt da fertig? Ja. Okay, dann drehst du jetzt den Kopf nach links. Natürlich! Ja, gut, 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 so ist das gut. Okay. Jetzt senk das Kinn ein bisschen ab. Tu mir die Arme über den Kopf. Siehst du, du kannst das doch, Baby. Das ist doch gut so. Super, super, super machst du das. Ja, schön, aber Kinn unten lassen. Super, super. Super, gut. Was ist denn das da hinten? Ruhe! Entschuldigung, Frau Sander, wenn ich Sie bitten dürfte, aufs Kommissariat mitzukommen, wir haben aber Fragen an Sie. Aber wieso? Jetzt fahren wir mit einem Superauto, mit der USS Nowak. Moment mal, so geht das nicht, das überschreitet jede Grenze. Ich werde mich über Sie beschweren! Das ist die Durchfahrung meines Vorgesetzten, Oberst Dirnberger. Rufen Sie ihn an, es wird ihm ein Vergnügen sein. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Du bist wahr, Stammboll.